Mit ihren Flirtversuchen sorgt Ania Elsner während ihres Aufenthalts im Dschungelcamp 2024 für Aufsehen. Ihr Objekt der Begierde? David Odonkor. Mit einer Direktheit gestand Ania, ich hab mit dem geschlafen, in meinem Traum. Damit bezog sie sich auf David Odonkor. Im Camp lässt sie keine Gelegenheit aus, ihre Affinität zu dem ehemaligen Fußballspieler kundzutun. Doch David ist glücklich vergeben. Was sagt seine Partnerin Marilena Grabowski dazu? David Odonkos Freundin hat ihr Schweigen mittlerweile gebrochen. Ich möchte einfach nur dazu sagen, dass ich absolut entspannt bin, dass ich mich auf die Show jedes Mal freue, dass ich absolut mit Humor an die ganze Sache herangehe, so Marilena zu RTL. Auch gegenüber Bild äußert sie sich. Ich habe in den letzten Tagen unfassbar viele Nachrichten von anderen Frauen über Instagram bekommen, die hinter mir stehen und mich empört fragen, was sich diese Frau dort im Dschungel bitte einbildet. Ich kenne David so gut und ich bin mir sicher, dass er diese plumpen Flirtversuche nicht einmal mitbekommt. Ich bin da entspannt und mittlerweile in einem Alter, in dem ich mir so etwas anschaue, mich zurücklehne und komplett in mir ruhe. Ich weiß ja, dass wir uns lieben und schätzen. Sie fügt hinzu. Ich schaue das Dschungelcamp mit viel Humor an und muss ständig über David lachen. Ich bin wirklich stolz auf ihn.